Also man kann sich da einfach das holen, was man gerade braucht. Ob das nur schöne Klänge sind oder ob das wirklich eine Zuversicht, eine Glaubensgewissheit ist. Da ist die Musik einfach ganz frei. Und natürlich durch die wunderbaren Kompositionen, die es gibt, durch alle Epochen, gerade in der Kirchenmusik erreicht man natürlich unglaublich Seelenherzen, die sich einfach daran erfreuen. Und vor allem natürlich die Ausführenden, die haben natürlich den größten Gewinn. Ich würde mal sagen, die große Vielfalt, dieses vielfältige Arbeiten mit Menschen, also jetzt in meinem speziellen Fall, ist ein großer Schwerpunkt auf der Chorleitung. Also es sind hier sieben Vokalköre mit verschiedenen Ausrichtungen. Ich unterrichte, also ich habe Orgelschüler, das zählt zu meinem Dekanatsauftrag. Das macht mir auch viel Freude, jungen Menschen die Orgelmusik nahe zu bringen. Dann ist es auch so eine Beratungsaufgabe, Fortbildungsaufgabe im Dekanat. Wir haben hier viele wunderbare Nebenamtliche, die die ganzen Orgelbänke im Dekanat bespielen. Nebenamtliche Organisten, Posaunenchöre, Chöre, Bands. Ansonsten fühle ich mich so wie eine Konzertmanagerin. Also wenn jetzt ein großes Konzert mit der Kantorei und mit Mitgliedern der Bamberger Symphoniker ist, dann bin ich im Prinzip Mädchen für alles. Also ich habe von der Finanzierung angefangen. Mir macht das auch viel Freude, dass wenn schöne Plakate entstehen, die Werbung zu machen. Dann natürlich das Einstudieren, das Notenmaterial und so weiter. Ach und es geht bis hin zum Orchesterwart. Also wie dann welcher Chor steht, wie die Pulte stehen und wo die Musiker platziert sind. Engagement von Solisten und so weiter. Jetzt war es aber nur die Chorschiene. Und dann spiele ich natürlich auch Orgel. Ich habe hier in St. Stephan eine wunderbare große Orgel. Wir kriegen jetzt noch eine zweite hier für unten. Und da spiele ich Gottesdienste und Konzerte. Gerade bei Chorsängerinnen und Chorsängern, wenn sie sich mit der Musik auseinandersetzen, setzen sie sich ja auch mit Glaubensinhalten auseinander. Und dabei sind sie aber vollkommen frei. Es wird sie nie jemanden fragen, was glaubst du jetzt eigentlich oder was bedeutet dir das? Also man kann sich da einfach das holen, was man gerade braucht. Ob das nur schöne Klänge sind oder ob das wirklich eine Zuversicht, eine Glaubensgewissheit ist. Da ist die Musik einfach ganz frei. Ich bin eigentlich eher durch einen Zufall gerade jetzt zur Kirchenmusik gekommen. Ich habe sehr gut Klavier gespielt, Geige gespielt, Flöte gespielt und bin von meinem Pfarrer in meiner Heimatgemeinde, Magdalbach, angesprochen worden, ob ich denn nicht Orgel lernen wollte. Da war ich zwölf Jahre alt. Und ganz ehrlich gesagt habe ich mich nicht Nein sagen trauen, weil ich hatte schon ein bisschen Bedenken vor der großen Kirche und fand das schon furchteinflößend, wenn ich da ganz allein, vor allem wenn es dunkel geworden ist, Orgel geübt habe. Und dann konnte ich gerade so zwei Choräle und dann ist ganz überraschend unser Organist in Magdalbach verstorben. Und ich habe von, also fortan habe ich alle Gottesdienste gespielt, aber halt mit diesen zwei Chorälen, drei Chorälen. Und da bin ich halt reingewachsen. Und ich weiß noch, wie sich die Gemeinde gejubelt hat, als ich am ersten Advent dann macht hoch die Tür gespielt habe. Also ich bin da wirklich von der Gemeinde in den Beruf getragen worden. Und als ich so 15, 16 war, fing ich an, Konzerte zu organisieren, auch mit Klassenkameraden. Und die Chorleitung habe ich dann eigentlich erst im Studium entdeckt. Da hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte vorher, außer dass ich natürlich selber im Chor gesungen habe und die großen Oratorien mitgesungen habe bei meinem Orgellehrer. Und da habe ich schon immer mal so davon geträumt, dass ich mal vielleicht einen kleinen Chor haben könnte. Aber dass es mal so schön wird, wie hier in St. Stephan, hätte ich nie gedacht. Mein Sohn hat mal so mit sieben, acht Jahren, als wir vom Kinderchor kamen, hat er mir dann erzählt, ja und der Papa, der kommt ja jetzt dann von der Arbeit. Da habe ich gesagt, ja ich komme doch auch von der Arbeit. Da sagt er, na Mama, das ist doch keine Arbeit, was du machst, das macht doch Spaß. Und da denke ich immer wieder dran, ja, man muss einfach einen Beruf finden, der einem, ich sage immer gern, Freude macht. Also es gibt hier in dem Beruf, gibt es gar nichts, was nicht Freude macht, also gar nichts Unangenehmes. Und deswegen kann ich zu diesem Beruf nur raten und versuche meinen Orgelschülern da immer so die Liebe zur Musik einzupflanzen und hoffe immer sehr, dass sie es dann weitertragen und möglichst auch beruflich. Es ist leider nicht mehr mein Hobby. Das merke ich einfach daran, dass wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause zur Entspannung spielen will, nehme ich mir immer ein Chorwerk raus oder mache irgendwelche Fingersätze für ein Orgelwerk. Also das würde ich mir schon wünschen, dass ich mal irgendwann wieder spielen kann, was ich eigentlich möchte oder was jetzt nicht gerade einen Zweck erfüllt. Es ist einfach so viel, dass man gerade jetzt beim Üben sein Hobby verloren hat, also das ich als Jugendliche hatte mit Klavier und Orgel. Es ist aber auf der anderen Seite so, dass auch wenn ich frei habe, dass es eigentlich nichts Schöneres gibt, als irgendwelche Konzertprogramme sich auszudenken oder sich irgendwas auszudenken beim Spazierengehen. Wie könnte ich jetzt diese Stelle im Chor da noch irgendwie besser hinkriegen? Habe ich eine Idee für den Kinderchor, die ich Ihnen jetzt mitbringen könnte? So, dass ich auf jeden Fall sagen würde, das ist eine Berufung.